Oder was so auch. Lass die Mobberei so sein auch. Hörtet auf mit dieser scheiß Mobberei oder was so auch. Es bringt euch nicht weiter, außer nur in den Knast oder was so auch. Wollt ihr mit dem Leben weiter kämpfen so auch. Es geht nicht mehr weiter raus. Wir werden euch kriegen. Wir werden euch kriegen. Wir werden euch kriegen, nicht anders raus. Ja, ist so. Hörtet auf. Ja, ist so. Hörtet auf. Wacht doch mal auf. Wir werden euch kriegen. Wir werden euch kriegen. Und wir geben euch auf, bis wir euch haben auch. Und dann werden wir euch in den Knast bringen auch. Weil die Gesundheit von anderen Menschen zu zerstören oder was so auch. Und es geht nicht mehr so weiter raus. Wir werden uns kriegen.